Leute, ich stelle euch heute bei Startrampe eine Indie-Band aus München vor, die keine Angst davor hat, sich immer wieder neu zu erfinden. Die Band heißt so, wie der Sänger mit Vornamen. Matthias. Ihr könnt gespannt sein, denn ich erfülle der Band heute einen Traum. Und diese Aktion hat mit dem wunderschönen Gebäude hinter mir zu tun. Die Band sind Matt, Jan und Sammy. Matthias gibt es schon seit 2011, also fast schon zehn Jahre. Aber in dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel getan. Erstmal, Matthias hieß früher ganz anders, nämlich The Capitals. Und damals waren sie noch zu viert. 2017 haben sie dann ihren Bandnamen in Matthias geändert. In der Musik von Matthias steckt unfassbar viel drin. Auf ihrem neuen Album Bye Bye Skies of Yesterdays hört man zum Beispiel Einflüsse aus dem Pop, Rock, Indie, aus der Klassik, French House, sogar Hip-Hop. Eine Konstante, die das alles zusammenhält, ist natürlich Mets Stimme. Als Vorbilder nennen Matthias Bands wie The Mars, Volta und Radiohead. Hier wird experimentiert, ausprobiert, kaputtgehauen und wieder zusammengepuzzelt. Langweilig wird's da nie. Matthias machen übrigens auch krass ambitionierte und kunstvolle Musikvideos. Ihre Single Sad Days in the City zeigt das besonders gut. Hier stellen die Jungs sich selber wie in einer Ausstellung dar. Ihr merkt schon, Matthias haben Bock auf große Kunst. Und da kommt das wunderschöne Museum Brandhorst in München ins Spiel. Die Jungs wollten nämlich schon immer eine Live-Session in diesem Museum spielen. Und zwar in einem Raum, der eigens für den großen amerikanischen Künstler Cy Twombly erschaffen wurde. Praktisch Kunst-Overload, aber in geil. Als ich gehört habe, euer Wunsch ist es, hier zu spielen, dann dachte ich mir, es könnte auch eine Gefahr sein, für eine Band in einem Museum zu spielen. Weil ich glaube, für viele Leute wirkt das eventuell so leicht prätentiös. Und ich will euch jetzt nicht vorwerfen, prätentiös zu sein. Keine Angst, weil so gut kennen wir uns noch nicht. Aber seid ihr vielleicht auch einfach wirklich so einfach arty Typen? Naja, wir sind keine arty Typen. Wir beschäftigen uns einfach sehr, sehr viel mit Kunst. Und wir hören Musik, wir schauen uns unglaublich gern Filme an, wir lesen gern Bücher. Wir schauen, das beeinflusst uns einfach und ist ein großer Bestandteil von unserem Leben. Und für uns ist es einfach eine unfassbare Ehre und wahnsinnig große Freude, eben an einem Ort Musik machen zu dürfen, wo jemand von einem Ausmaß wie Cy Twombly einfach großartige Dinge hier an die Wand hängen durfte. Aber es hat nicht damit zu tun, dass wir arty Typen sind. Wir haben einfach Freude daran und es macht uns Spaß und begleitet uns schon sehr lange in unserem Leben. Ich bin in love with a murderer And it's killing all my time In love with a murderer Or is it only in my mind Is it only, is it only You're in love with that suicidal dream And it's killing all your happiness And you're never sure if it is an aneurysm Or only in imaginary landscape museum Bei euch hört man und liest man ganz oft diesen Satz, den kennt ihr bestimmt sehr gut. Kommt aus München, klingt aber nicht nach München, klingt international. Wie steht denn ihr dazu, zu dieser ganzen München-International-Debatte? Also einerseits kommen wir einfach aus München und zweitens hören wir auch einfach internationale Musik und das ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Ich glaube, das ist besser geworden. Also es war schon so am Anfang, dass man versucht hat, das irgendwie auch ein bisschen so zu verheimlichen. Ich glaube, wir haben sogar ganz am Anfang auf unser Facebook-Profil geschrieben, dass wir aus Hamburg kommen, weil da unser Label ist. Also habt ihr wirklich? Uh, ich als Münchner, uh, aber ja, okay. Aber wir stehen inzwischen voll dazu eigentlich. Findet ihr, es gibt da einen Zusammenhalt? Habt ihr da irgendwie so ein paar auch befreundete KünstlerInnen und Bands? Ich habe das Gefühl auch, es ist besser geworden. Also es war vor fünf oder zehn Jahren, war das noch mehr, habe ich es feindseliger empfunden und jetzt ist es eigentlich echt voll so das Zusammen, irgendwie, dass man sich da gegenseitig auch pusht, irgendwie gegenseitig dann auch erwähnt in Instagram und auch die Musik hört voneinander. Also ich weiß nicht, das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe vor ganz langer Zeit einfach keine Münchner Bands gehört, aber inzwischen ist es eigentlich voll in meiner Liste. Generell bayerische Bands, da gibt es echt sehr, sehr viele, sehr gute Acts, inzwischen. Mir ist, glaube ich, bewusst geworden, wie unfassbar das eigentlich ist, in so einem Raum zu stehen, also jetzt abgesehen vom Geldwert der ganzen Gemälde, die da hängen, einfach in einem Raum zu sein, wo so weltgeschichtlich bedeutsame Kunst hängt und man darf davor seine Musik einfach so spielen, so als junge Münchner Band. Das ist schon eine Riesenehre und das ist mir, glaube ich, heute nochmal in seinem Ausmaß bewusst geworden. Kann ich genauso. Als ich euch zugeschaut habe bei der Session, Sammi, dein Schlagzeug hat gewummert, was er an Schlagzeug tut. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Gott, hoffentlich wummert es nicht so sehr, dass es dir irgendwen aus dem Nagel hebt. Also ich dachte mir die ganze Zeit so, oh mein Gott, hoffentlich, oder irgendeine Statue, die da so wackelt oder so. Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, aber zum Glück ist nichts passiert. Ich glaube, sonst müssten wir für 100 Jahre im Brandhorst-Café Teller waschen. Zum Glück ist es nicht passiert. Zum Glück ist es nicht passiert. Zum Glück ist es nicht passiert.